Ja hallo, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man eine komplexe Zahl potenziert. Bis jetzt wissen wir ja nur, wie man eine reelle Zahl potenziert und zwar heißt 7 hoch 3, dass die Zahl 7 dreimal als Faktor auftritt. Ja und bei den komplexen Zahlen ist es genauso. Wenn ich die komplexe Zahl 1 plus 2i mit 3 potenziere, dann heißt das, dass 1 plus 2i dreimal als Faktor auftritt. Gut, jetzt könnte man ja sagen, dann ist ja alles zum Thema gesagt. Wenn ich das ausrechnen will, multipliziere ich einfach die Klammern hier und das Ergebnis dann mit dieser. Also kurz gesagt, ich multipliziere das alles aus und dann habe ich das Ergebnis. Ja, aber stellt euch mal vor, hier steht nicht der Exponent 3, sondern der Exponent 88. Dann habt ihr ein Problem. Da rechnet ihr nämlich eine Woche lang. Ja, aber glücklicherweise gibt es die Formel von Desmoivre. Ja und mit dieser Formel hier und mit einem Gesetz aus der Potenzrechnung kann man dann solche komplizierten Potenzen wie 1 plus 2i hoch 42 oder 1 plus 2i hoch 5 Millionen ziemlich schnell ausrechnen. Gut, als nächstes putzen wir mal eben die Tafel. Ja, als Beispielaufgabe habe ich mir folgende Aufgabe ausgedacht und zwar gegeben ist folgende komplexe Zahl. 7 mal Cosinus 10 Grad plus i mal Sinus 10 Grad. Ja, das ist also unsere komplexe Zahl und die soll jetzt mit der Zahl 3 potenziert werden. Gut, das ist also unsere Aufgabe. Ja, die Formel von Desmoivre können wir noch nicht anwenden. Zunächst einmal wendet man immer dieses Potenzgesetz hier an. Und zwar haben wir ja hier ein Produkt. Das ist der erste Faktor, also praktisch das a. Die Klammer hier, das ist der zweite Faktor, also das b. Und so ein Produkt wird potenziert, indem man jeden einzelnen Faktor potenziert mit dem Exponenten n hier, beziehungsweise mit 3 im Beispiel. Das heißt, ich muss also den ersten Faktor hier potenzieren. Das ist die 3. Dann nehme ich mal wieder die rote Farbe und dann muss ich die Klammer hier potenzieren. Also Cosinus 10 Grad plus i mal Sinus 10 Grad muss ich mit 3 potenzieren. Okay, das ist also immer der erste Schritt hier dieses Potenzgesetz anwenden. So, nach dieser Vorarbeit können wir auf diese Potenz hier die Formel von Desmoivre anwenden. Denn die linke Seite der Formel von Desmoivre, die lautet ja Cosinus ein Winkel plus i mal Sinus ein Winkel hoch n. Und das habe ich hier Cosinus ein Winkel plus i mal Sinus ein Winkel hoch 3. Ja, also dazu war diese Vorarbeit da, damit ich jetzt die Formel von Desmoivre anwenden kann. Und dann mache ich das auch mal. Ja, und was sagt mir die Formel? Die sagt also, kurz gesagt, ich potenziere mit n, indem ich einfach die beiden Winkel hier mit n multipliziere. Aus potenzieren wird also den Winkel multiplizieren. Ja, dann habe ich hier also 7 hoch 3. Das bleibt also gleich. Und jetzt wende ich die Formel von Desmoivre an. Und da muss ich also wie gesagt hier den Winkel mit n beziehungsweise in unserem Beispiel mit 3 multiplizieren. Und dann erhalte ich Cosinus 3 mal die 10 Grad plus i mal Sinus 3 mal die 10 Grad. So, und eine eckige Klammer. Also nochmal, weil das ist der wichtige Schritt am ganzen Rechenverfahren. Die Formel von Desmoivre sagt also, wenn ich hier so einen Ausdruck mit Cosinus plus i mal Sinus habe und ich möchte diesen Ausdruck mit n potenzieren, dann kann ich das machen, indem ich die beiden Winkel, die hier vorkommen, mit n multipliziere. Aus potenzieren mache ich ein Multiplizieren des Winkels. Und das habe ich hier gemacht. Ich habe hier also diesen besagten Term mit 3 potenzieren wollen. Der sollte mit 3 potenziert werden. Und da habe ich einfach die beiden Winkel, die hier vorkommen, mit 3 multipliziert. Aus potenzieren wird multiplizieren. So, eigentlich haben wir hier schon das Ergebnis. Man kann das allerdings noch ein bisschen schöner schreiben. Man kann 7 hoch 3 ausrechnen. Das sind 343. Und hier kann man noch dieses Produkt und dieses Produkt hier ausrechnen. Da fehlt übrigens das Gradzeichen. 3 mal 10 Grad muss das heißen. So, machen wir das mal. Dann habe ich hier also Cosinus von 30 Grad plus i mal Sinus von 30 Grad. Okay. Und das ist dann unser Ergebnis, wobei ich jetzt auch runde Klammern benutzen kann, weil ich ja jetzt nur noch eine Art von Klammern habe. Dann nehmen wir mal die Runden. Das ist nämlich richtiger. Und das hier ist also unser Ergebnis. Ja, als nächstes überlegen wir uns Folgendes. Ich habe ja hier zwei Formeln benutzt. Einmal die Formel von Demoivre und das Potenzgesetz. Und es wäre ja schön, wenn ich diese beiden Formeln so kombiniere, dass ich mir nur noch eine Formel merken muss. Ja, und das kann man machen. Das findet man auch so in manchen Büchern. Und das zeige ich euch also jetzt, wie das funktioniert. Aber da muss ich erstmal die Tafel eben putzen. Ja, die Idee ist jetzt, um diese besagte Formel herzuleiten, führe ich diese ganze Beispielrechnung von gerade mal ganz allgemein durch. Ja, und allgemein heißt die Polarform einer komplexen Zahl Betrag z mal Cosinus phi plus i mal Sinus phi. Das ist die allgemeine Schreibweise für eine komplexe Zahl in Polarform. Wobei der Betrag von z, der wird in Lehrbüchern manchmal auch mit den Kleinbuchstaben r abgekürzt. Das ist also auch häufig zu finden. Gut, und wir fragen uns jetzt also, wie kann ich so eine komplexe Zahl mit der Zahl n potenzieren? Also, ich möchte die mit n potenzieren. Deshalb habe ich hier die Klammer drumrum gemacht. Gut, dann führen wir also das gleiche Rechenverfahren, was wir gerade anhand eines Beispiels durchgeführt haben, nochmal durch, aber ganz allgemein. Da haben wir also begonnen mit dem Potenzgesetz. Und wenn wir dieses Potenzgesetz anwenden, dann erhalten wir also Betrag von z hoch n, wobei ich jetzt lieber wieder die rote Farbe nehme. So, mal, und jetzt kommt hier diese Klammer, Cosinus phi plus i mal Sinus phi. Und die Formel sagt mir, dass der zweite Faktor, also diese Klammer, auch mit n potenziert werden muss. So, das war also der erste Schritt. Der erste Schritt, bloß diesmal ganz allgemein durchgeführt, hier ohne konkrete Werte. So, der zweite Schritt war, dass jetzt hier eine Potenz entstanden ist, die der linken Seite dieser Formel hier entspricht. Ja, und da muss ich also jetzt hier auf diese Potenz, diese Formel anwenden. Das heißt, der erste Term hier bleibt gleich, Betrag z hoch n, bleibt einfach nur da stehen. So, und die Formel, ja, was sagt mir jetzt die Formel? Die sagt, wenn ich hier so einen Term mit n potenziere, so einen Term mit n potenziere, dann mache ich das, indem ich einfach die beiden Winkel hier drinnen mit n multipliziere. Also, ich erhalte dann Cosinus n mal phi, wobei ich hier wieder besser die rote Farbe nehme, fällt mir gerade ein. Also, n mal phi. Das soll ein phi sein. Ich schreibe es mal lieber ein bisschen ordentlicher, damit man das erkennen kann. Plus i mal Sinus. Und jetzt kommt wieder n. Der Winkel wird wieder mit n multipliziert. n mal phi. Ja, und schon haben wir eine allgemeine Formel hergeleitet. Das hier ist also gleich dem hier. Und das heißt eben, wenn eine komplexe Zahl in Polarform gegeben ist und ich möchte die mit n potenzieren, dann brauche ich nur den Betrag mit n potenzieren, aber die beiden Winkel muss ich mit n multiplizieren. Ja, also nochmal, komplexe Zahl mit n potenzieren, nur den Betrag mit n potenzieren, aber die beiden Winkel mit n multiplizieren. Ja, und diese Formel hier gilt übrigens nicht nur für natürliche n, sondern auch für negative n und drittens für gebrochene n. Und das liegt daran, dass diese Regel hier und diese Regel hier auch für negative und gebrochene n gelten. Ja, aber das muss ich noch beweisen. Der Beweis folgt also im nächsten Video. Da beweise ich diese Formel hier, die kennen wir ja schon aus der Schule, diese Formel hier, die beweise ich, und zwar erstens für natürliche n, zweitens für negative n, drittens für gebrochene n, also für alle möglichen Fälle. Und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir damit auch bewiesen, dass diese Formel hier dann auch für alle drei Fälle gilt. Gut, aber hier sind wir erst mal am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. . Untertitelung des ZDF, 2020